Oh ja, jetzt geht's los. Warte, ich komm ran, warte mal, hier bin ich, hallo! Oh, jetzt bin ich am Arsch, ey. Ich spitze wie ein Bär. Du bist ein Bär. Schlüssel, meine Fresse, ey. Und damit Hallöchen Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Motorvlog, oder wie der Scheiß heißt. Heute mit Special Guest, man möge ihn kennen, der Grüne. Die Sars da sogar mit Sprache, wie geil ist das denn? Mit Intercom, wie geht's dir? Sehr, sehr geil, heute. Ja, wir sind hier fleißig am Ölen. Vielleicht möchtest du auch noch kurz eine Begrüßung machen? Martin, liebe Leute, was geht ab? Die Sars ist wieder runter, rüber! So muss das lösen, wir haben noch ein paar andere Dudes dabei. Ja, also Schnitt ist auf jeden Fall auch bei. Ja, Schnitt ist bei, die Tyra ist dabei hier. Was macht er denn da oben? Was macht er, er fragt hier. Und da ist der Dr. Richard Schnittlowski in erster Reihe. Ja. Er ist bei mir raus, glaube ich. Sag mir was, Schnitte. Buh. Buh. Alles klar. Ja, und wir kriegen jetzt. Tyra, Rinker bitte? Tyra ist auch dabei, alles klar. Ja, Mann. Ja? Tyra. Tyra mit Y. Aha. Oh ja, jetzt geht's los. So, jetzt kommt die Kelle. Ja. Aus dem Lambo die Kelle aber. Ja, Lambo keine Chance einfach. Nee, auf keinen Fall. Zum Glück ist er abgebogen. Ist ja sonst peinlich geworden. Ja, wir haben heute irgendwie gefühlt 80 Grad hier gerade. Reicht nicht. Leicht am Ölen. Und jetzt wollen wir mal schauen, was hier so los ist in der City auf dem Sonntag. Ist gut. Ist gut. Ist gut. Na süß, du saß da mit Intercom, hat er sich jetzt mal gegönnt, der Gute. Hat er wie ein Schnäppchen geschlagen. Ja, natürlich. Ein Schnäppchen geschlagen ist gut, ja. Ja, 70 Euro ist doch ein guter Preis. Ja. Was kostet es sonst? 120 Euro, glaube ich, wa? 130 kostet es. Na, guck mal. Was ist er denn hier? Er trägt die Koteletten lang, der Gute. Ey, Pfeifel! Was für ein Rowdy seht ihr euch an? Rowdy hab ich gehört. Ein Rowdy. Ein Rowdy. Irgendwann krisselt bei mir gerade, ja? Dezent. Ich glaube, die stehen da irgendwo, kann das sein? Ja, kann sein. Wenn er außer Reichweite ist, dann verliert die Verbindung. Ja. Jetzt, Druckerplatz. Fangen wir hier mal kurz ran. Ja. Hier an der Bushalte. Ba 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 ba. Ey, seitdem es warm ist, habe ich so geile Fehlzündungen wieder. Ich habe vorhin so abgeknattert, ey. Also jetzt nicht nur auf dem Sitz, sondern auch mit der Maschine. Aha. Jetzt kommt so langsame Reichweite, glaube ich. Ja, wird besser. Ja, da hinten sehe ich ihn schon. Sonst kann man ja schon fast einen Ton machen mit der Helmkamera. Ja. Aber jedes Mal, wenn wir zusammen fahren, verlieren wir welche, ja? Ja, das ist halt zu viel. Normalerweise fahre ich ja immer nur zu zweit, maximal zu dritt. Dann hast du so ein Problem ja gar nicht. Ja. Ja. Ja, ist auch geil. Der fährt schön ohne alles, Alter. Ja, das kann man doch machen, oder? Ja, der hat sich schon fast gelegt eben, ey. Das war gut. Hat er was von gehabt. Hätte sich gelohnt, ja. Ja, und ich hätte alles aufgenommen. Ja. Ach du Scheiße, ey. Ja, bitte? Meine Fresse, was fahren denn hier? Oma und Opa im Steuer heute wieder? Ist doch ja nicht. Ich fahr Cabrio! Ja. Ist doch leicht nervös, der Gute. So, wie er rüberkommt. Habe ein bisschen Angst, der kleine Lücke, oder? Ja, aber was ist denn hier? Mahlzeit! Wünsche ein schönes Wochenende! Was ist das hier? 600er. Ne, das ist Spaghetti-Ämpchen 2016, oder? Du musst ja aufpassen, wenn er bei Gegenwind nicht wegfliegt, der Gute, oder? Ja. Das ist halbe End. Guck dir die an, ey. Spaghetti-Ämpchen-Award 2018. Spaghetti-Ämpchen-Award 2018. Aber vordringen, ne? Ja, komm, los, los, los! Ja, aber... Aha. Oh, ja, geil. Finden wir die Gänge? Hello, my friend. Aua, Schlagloch. Oh, mutig. Oh, das ist ein geiler Typ. Oh, ja, geil! Warten, musst du den Sack lüften, oder was? Oh, ja, ein bisschen dezent. Louis! Und sonst so, alles gut? Das ist schön, ja, auf jeden Fall. Der ist noch keine 18, oder was? Nee, haupte doch an. Das ist doch 12, oder so, oder? Oh, was ist denn hier los? Hier flanieren sie wieder, die Dudes. Nein. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Alter, ist das ein halbes Hemd. Jetzt mal ernsthaft sehen. Ist du schon volljährig? Jetzt sind der Helm ab, jetzt geht's los. Zeiss Reveal, zeiss Reveal, jetzt geht's auf die Fresse. Ja, super, super. Guck dir mal die Uhr an. Ein bisschen schifft hat er schon, oder? Die Uhr ist so groß wie so ein Oberkörper fast. Ja, ich hab mich gesponnen, Alter. Ist das eigentlich Mobbing, was wir hier machen? Keine Ahnung, ich weiß nur, bis man da mal fährt hier. Ah, Summer, Sunshine, der fällt doch gleich runter da, oder? Ja. Wenn die mal ein bisschen Neigung kriegt, kippt der nach oben, oder nicht? Da knicken die Beine durch und dann war's das. Hey! Meine Fresse, was hier los ist. Nix. Das ist grün, warum war keiner fährt? Warum war keiner fährt? Ja, Brab-Gang, ist da. Fangen wir gerade aus weiter, oder was? Ja. Gerade aus weiter, er blinkt links? Ja. Ja, von... Äh, Schnauze? Finde ich nicht gutes Mobbing? Ich muss jetzt immer nach rechts gucken, weil die NASA fortsetzt. Guck mal, guck mal nicht da, es kriselt schon wieder bei mir am Helm, Alter. Ernsthaft? Ja. Ich hab bloß 400 Meter. Ja, aber wir sind genau hintereinander. Was? Ja. Ich meinte Ryan. Ja, hier bin ich doch. Warte, ich komm ran, warte, hier bin ich. Jetzt schön mit der Tasche hängen geblieben im Lenker bei dir. Einmal schön drei Karren zu Schrott gefahren. Fahren wir ihn jetzt einfach die ganze Zeit hinterher, oder was? Ja, natürlich. Keine Ahnung. Immer da, wo die Arme flattern, einfach hinterher. Zieh mal das Motorrad ab, was ist da los? Mal runterschubsen einfach. Das ist ja wie ein Kind vom Fahrradrader schubsen. Oha. Ohoioioioi. Jetzt dreht er durch. Aber jetzt geht er steuert ab. Jetzt kommt der Problem. Jetzt kommt der Gegenwind, der fliegt da wie ein Drachen. Der ist festgeklettert. Mit so einem Kletterschluss, weißt du? Mit der der abhaut. So ein Sicherheitsblut. So eine Säckige Tesa ist jetzt. Hansaplast. Doppelseitiges Klebewein. Ist er wieder bei seinem Schatz? Ja. Ja. Er wird schon nervös. Es sieht aber krass aus, oder? Das ganze Verhältnis, die Proportionen der Helm, der Körper. Ich hör dich nicht. Ich hör dich nicht. Holla. Abschnucki. Alles Klörschen, oder was? Er hat so ein bisschen Respekt, ne? Nein, muss er ja. Schön einig. Muss er ja. Hey, Mann, Schatz. Alles gut? Ja, läuft. Dass man dich hier trifft und nicht in Hollywood. Ja, ich bin mal hergeflogen. Das ist doch schön. Ist ja auch mit deiner Maschine so ein Gefühl wie Fliegen, oder? Ja. Nastaravje. Es rührt einfach und knattert hier durch die Gegend. Er kommt jetzt viel und sieht die Motorräder auf sich. Guck dir das an, die Rücks sind richtig gut, ja? Einfach nur Motorräder, soweit die Straße reicht. Guck mal her, hier. Alles geil. Aha. Sehen wir an. Der Junior. Jim Knopf, wie man ihn kennt, ja? Ja, ja. Aber da, nicht jetzt das neue Trickfilm, sondern damals aus der Puppenkiste. Ja. Jetzt wollte ich sie gerade vollquatschen. Mann. Hast du gewusst? Hast du direkt einen Korb gekriegt? Ja, ja. So wie immer. Einfach so. Fresse ziehen, Korb. Oh. Angelika! Oh mein Gott, ich bin verliebt. Jetzt eine Tube Melkfett und dann geht's los. Ich wollte gerade fragen, was bist du denn verliebt? Linke Hälfte oder Rechte Hälfte? Ja. Sackhüpfen ist es. Jo, meine Freunde, ich würde sagen, wir haben jetzt schon ein bisschen Zeit verbracht. Ich sage, ich beende mal damit das erste Video. Ja, das erste Video. Ich beende damit mal das Video. Wenn ihr dieses Video gefallen haben solltet ihr mit den Werten, die Satz dazu sagen, lasst mal einen Daumen nach oben da. Abonniert diesen Kanal, es ist komplett kostenlos. Neben dem Abonnier-Knopf zu an die Glocke, wenn ihr ihn drückt, dann denkt ihr die Fähigkeit mitzubekommen, wenn ihr das Video klärt. Aber es ist Riftstadtfilm. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns innerhalb des nächsten Videos. Boah, hier kommt ihr nicht aus dem Arsch. Kade, tschausen! Kade, tschausen! Kade, tschausen! Kade, tschausen! Kade, tschausen!